so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die leslie glitter in glamour raketen ich werde es einfach zulassen weil da gibt es gar nicht so viel zu erklären wie ihr seht 132 gramm verteilt auf zwölf raketen und das sind ja nur treiber raketen haben alle einen zerlegen soweit ich das gesehen habe und ich freue mich echt auf diese süßen kleinen raketen also die sind wirklich sehr klein das passt das passt schon hier in den kamera winkel das soll schon was heißen und ja leute dann sehen wir uns gleich beim test dieser süßen raketen bis gleich so jetzt die glitzer und glamour würde ich sagen machen auch drei hier die stiele sind irgendwie rot und grün das ist heißt weiß ich auch nicht machen wir mal die erste ja brenner ist doch wie immer total ey lol hat mein brenner irgendwo hingelegt ja ich glaube so schön gleich die nächste leute unfassbar schön das war rot schön haben sogar alle unterschiedlichen effekt und hier noch auch wieder rot aber für den preis für 7 euro oder so zwölf raketen kreilt euch das wenn ihr Wenn ihr das seht, machen wir was anderes, weil Cyber-Raketen sind so sehr geile Teile.